Ich finde den Jugendkatechismus einfach klasse. Ich habe ihn zwar noch nicht von Deckel zu Deckel gelesen, ich hatte schon die Studienausgabe und finde den Jugendkatechismus als ein gelungenes Werk. Ich kann es jung und alt empfehlen. Es macht Freude, drinnen zu lesen und ich hoffe, dass der Jugendkatechismus eine weite Verbreitung findet. Studiert euren Glauben mit diesen Worten fordert der Papst, die Jugend der Welt auf, den neuen Katechismus in die Hand zu nehmen. Und auch ich empfehle euch dieses Werk, denn es gibt Antworten auf die wesentlichen Fragen, die ihr immer und immer wieder stellt. Warum glauben wir? Warum jeden Sonntag in die Kirche? Habt Mut, beschäftigt euch. Das ist mein Anliegen an euch.